Auf die Plätze, fertig, los! Am Freitagvormittag ist im Krandlstadion in Wildeshausen der Startschuss für den siebten Spendenlauf Schüler laufen für Schüler gefallen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Jugendzentrum JZ, dem Präventionsrat, dem VfL Wittekind und neun Schulen. Circa 300 Grundschüler liefen die 400 Meter Runde auf der Aschebahn so oft wie die Zeit von 15 Minuten und die Hitze es zuließ. Jeder Sponsor spendet mindestens einen Euro pro Runde. Das Geld soll am Ende auf alle beteiligten Schulen verteilt werden. Wie viel Geld das sein wird, stehe noch nicht fest. Trotz langer Wartezeiten zwischen den Läufen wurde es für die Kinder nicht langweilig. Denn die Organisatoren und Helfer hatten einiges vorbereitet. Einige Schülerinnen der BBS malten den Kindern bunte Glitzer-Tattoos, eine Hüftburg, Bubble Soccer, Hula Hoop, Bungee Run, eine Slackline und weitere Stationen brachten Spaß und Abwechslung in den Vormittag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017